Jo, wir sind wieder bei Bravely Default. Beim letzten Mal haben wir uns weiter um Julianas Sidequests gekümmert. Und ja, nun wollen wir doch direkt mit ihm reden und uns seine Entscheidung sagen. Du hast eine Chance gegeben, um den Rest von deinen Leben zu leben, zwischen denjenigen, die du lieben möchtest? Wir wissen, dass diese Leute hier neben uns sind. Dass die vier von uns treffen ist ein Feind, das wir alle lieben möchtest. Das ist richtig. Und deswegen werden wir weitergehen. Genau, die vier von uns zusammen. Oh, ho, ho. Well spoken indeed. Now, last but not least, let's assess your growth so far. Our... wait, you don't mean... That is just what I mean. A job. A legend born 1800 years past. The conjurer Julianas stands before you. Ich bin mal gespannt, was der Job alles drauf hat. Wer kann zumindest schweben? Okay. Ja, 150.000 normal, sage ich mal. Quattro Schaden. So nicht, dass das auch in der kann? Metos. Ähm. Er hat einen Angriff erhöht, okay. Also einfach, dass ich die voll war, aber das ist eine Menge Schaden. Ähm. Ja. Haben wir drauf. Du... heilst sich jetzt aber mal einfach mal. Ich glaube, er magisch angegriffene. Ja. Wir haben trotzdem ein Bollwerk. Na komm. Jetzt habe ich das vergessen. Hey, ich sollte ja langsam mal das Crit rausnehmen, ne? Naja. Legen wir los. Ich muss mir eine neue Fähigkeit daraus suchen, weil Crypt Plus bringt ja mittlerweile nicht mehr so wirklich was. Da sie auch so schon Leute aus 999 Schaden macht, dann braucht sie das nicht mehr. So, und... Oh. Bin nicht gekrittet. Das ist auch... Es ist passiert zwar ab und zu, aber... Du kannst mir einfach One-Hit mit deinem Crit. So. Du kannst einmal wiederbeleben. Ach, weißt du was. Hau mal so ein bisschen raus. So sehe ich gerade da drin haben. Einfach so viel Schaden wie möglich machen. Na gut, das hat nicht viel Schaden gemacht, wie erwartet. Aber jetzt muss ein bisschen Schaden. Ui. Wie... Ich mein, hat der... Und jetzt verfehlt? Und man hat das dann so wenig Schaden gemacht. Einmal durchheilen. Ich glaube, hat gerade seinen Magieangriff erhöht. Ja. Irgendwie macht das Agnes keinen Schaden. Warum auch immer. Soll mir die stören? Okay. Sie könnten Donnerkall machen. Wenn ihr dann verliert... Oh ja, da würde ich dir ein paar dazu bekommen, aber die anderen würden verlieren. Ist das ein Elementar? Ich mach's einfach mal. Ich guck mal, was passiert. Und du kannst wieder das Bollwerk für alle machen. Nein. Meteo ist neutral. Neutrale Magie einfach dann, denke ich mal. Dann muss ein bisschen Shippo Jinrei. Du heilst. Du belebst wieder. Ja. In der kommt aktuell leider nicht zu nichts mehr. Ah. Jetzt hat sie mal Schaden genommen. Ich muss irgendwie gucken, dass ich meine Charaktere wieder irgendwie ans... ...Leben bekomme. Wat? Was ist mit dem Schaden? Das macht irgendwie mal mehr, mal weniger irgendwie. Beim Meteo. Okay. Okay. Das ist äh... ...interessantes Schadenpotenzial. Das muss ich nicht verstehen, oder? So. Wie gesagt, mal hat er irgendwie... ...weiß nicht... ...1500 gemacht. Mal macht er 1999. Warum auch immer... ...ich sowieso mit seinem Schaden irgendwie... ...vielfelspray... ...mrotz... 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 ich bin mal gespannt wie seine klasse jetzt im endeffekt aufgebaut ist das irgendwie keine ahnung vielleicht sowieso ist dass er random schaden macht kommen wir einfach mal ein bisschen drauf moment doch gar nicht er doch nur auf die zwei gezielter rechts oder ordentlich heilen ok wenn man mit ihr auch noch verschiedene leute zielen kann macht man den vielleicht mehr schaden weil die mittelpunkt sind ich bräuchte mal eine runde um ihm seinen angriffsboost wegzunehmen soll sind nun mal nicht angeschlagen so verzweifeln mal ein bisschen so mach das mal weg ja da macht auch gar keinen schaden mehr wir machen immer noch guten schaden so muss das wieder nur auf die linke seite gezielt so schnell noch drauf raushauen na zumindest den großer des angriffs hat er so mitnehmen können so ist er wieder sein deus ex wobei moment einmal den bann und einmal heilen so du hast wieder deine verzweiflung raus ist glaube ich immer noch sein stärkster angriff einfach gefühlt weg mit dem magie boost den will keiner haben ja so macht das auf jeden fall um einiges weniger schaden das ist so viel angenehm wenn ich auch im letzten kampf schon machen müssen 40.000 nur noch das könnte ich jetzt eventuell sogar in dieser runde weg bekommen wir müssen guten schaden machen wenn es ok schneller das heißt ich mache sehr sehr wahrscheinlich die 40.000 von idea und dann ist es vorbei ja weil durch den angriff ist glaube ich kommt sie dauerhaft auf 999 perfekt eine güte also boost unter machen dass er glaube ich auf jeden fall ich muss bei ihm und unseren letzten asterisk der zauberer sowas kann der jetzt eigentlich genau versteckt die kraft der beschworenen bestien kann alle waffen gut benutzen ja gut auf allen finale mp erholung ist aber ziemlich cool aus die jobs was war such great power you have grown strong in such a short time on yes and you stage you're quite formidable for a man of your age ha 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 yes well 19 hundred years is a rather long span now i must ask what shall we do about the memories of those you encountered in the ordeals I prepared Ich kann sie mit den Erinnerungen, oder ich kann sie von ihren Gehirn entfernen. Ich würde es fragen, dass du sie entdeckst, dann. Selbst die Erinnerungen, in einem Moment, können eine Sparke geben, um die Person zu gehen. Ich lasse es für Zeit, um zu sagen, welche Erinnerungen zu sein. Das funktioniert auch für dich? Gut, mit mir. Sehr gut, dann. Es wird so wie du möchtest. Jetzt, in dem Zeitpunkt, dass wir in Wäden sind. Ich lasse das Gehirn der Welt in deine Hand. Sage! Du siehst nicht so schade, Kind. Ich gehe einfach nach einem kleinen Gespräch. Ich habe überlangen. Trotzdem, wirklich überlangen. Jetzt, Auf Wiedersehen! Einfach weggeportet. Ist auch noch angeschlagen. Ja. Dann lege ich mich eben in seinem Bett schlafen. Also, das war doch schon wieder ein etwas härterer Kampf. Weil der auch wieder austeilen konnte, ordentlich. So. Mal schauen. Was ist denn da? Zauberer. Was ist das denn? Ui. Das ist nice. Hm. Vielleicht werde ich jetzt irgendwann mal so ein bisschen zwischen den Aufnahmen mal für Agnes trainieren. Kann vielleicht gar nicht schaden. So. Dann wollen wir jetzt mal anfangen. Ihr wolltet auf jeden Fall die Sidequests nochmal sehen. Da man da wohl jetzt ein paar neue Sachen noch mit drin hat. Dementsprechend werden wir alle Sidequests auch nochmal machen. Und zwar immer und immer wieder. Also, ich glaube es ist kein Geheimnis zu sagen, dass wir wahrscheinlich die Gänzenkristalle noch ein paar Mal erwecken müssen. Und da sind die Sidequests halt auch immer wieder da. Dementsprechend machen wir das. Das ist es. Das war, wie auch schon. Ja. Ja, hier ist wir wieder. Das sind's? Das Pipsqueak hat uns selbst geredet? Und jetzt ist er wieder mit drei Freunden? Ich sollte nicht heute aus dem Bettfluss kommen. Wow, da, hold up! Isn't that Edea with them? Hmm, I knew that little hussy wasn't to be trusted. The Templar's daughter of all people. Hey, Edea, what's this all about? Have you gone and stabbed us in the back? Whoa, turn the volume down! I haven't been this riled up since this morning! Ah, well, time for round two! Something got them real mad! Okay, anscheinend einer von uns hat die heute Morgen noch über Leihengang verprügelt. Das ist der Job, der du angefangen hast. Du bist für eine Überraschung. Du vergisst, ich bin ein gewaltiger, weißer Maid. Ha! Ich habe bereits unsere Wände vollkommen heilt. Komplettlich! Never underestimate your Eltern! Also wie gesagt, anscheinend hat sie wohl irgendjemand heute Morgen verprügelt von uns. Und ja, jetzt seht ihr so ein bisschen sauer. Na gut, aber viel KP haben wir jetzt schon auch nicht. Na dann, sammeln wir wieder ein bisschen. Macht echt Schaden! So, Wittga, Wittga, ich weiß nicht, irgendwas mache ich da. So, du hast deine Verzweiflung auf Holly drauf. Und du frisst erst mal was. Ich verteidige auf jeden Fall immer einen Schein mit den richtigen Leuten. Also man kann auf jeden Fall immerhin so die 10.000 schon mal abziehen. Oder 13 sogar. So, dann haben wir den Mondschatten. Ein paar normale Angriffe. Du kannst... Mach mal Sanktus auf. Baras, ich glaube Holly wird diesen Kampf nicht überleben. Oder diese Wunde besser gesagt. Denke ich mal. Ich glaube, das wird nichts für sie. Ich sage mal, sobald sie unter 40.000 fällt, ist eh vorbei. Oh, oh. Nein, vorbei. Meins. Nummer zwei. Und sich die Kapi einfach runterfliegen. Und weg ist sie. Das ist mir sogar schon mal so. Ja. Ja, aber das hatten wir auch beim letzten Mal genauso. Ja, komm, hau mal ein paar Sanktus raus. Moment. Mit einem Donnerkeil. Das wird so ein bisschen länger geht. Boah. Macht auch guten Schaden. Wir müssen uns auch Sanktus ein bisschen mehr Schaden machen. 45.000 hat er noch. Au. Hockst du nicht direkt ins Gesicht. So. Er macht aber auch echt nicht mehr als einfach drauf zu hauen, ne? Aber wir sind eh gleich hier durch, sobald er der dran ist. Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe noch gar nicht das gemacht zum Krippen, aber... Das hat aber so gut funktioniert. So, ihr werdet einmal bitte bänden. Und tschüss. Ich glaube, die Gespräche, was sie da sagen, ist das gleiche, was sie auch in den ersten Rematches hatten. Guck mal, so ein Turboheter zu bekommen ist immer gut. Hab sonst keine. Also außer die, die ich hab. Sie sahen anders aus dem letzten Mal. Du meinst, sie waren nicht so? Das ist auch gleich. Oder irgendwie? Sie sahen etwas über uns, um Freunde zu bringen. Die letzte Mal war es nur du und ich, Tiss. Genau. Also, sie sind weg? Schuh. 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 Du hast das geschafft. 5 Minuten von Liedsäuern noch nicht töten. Es wird. Ich habe nie testiert. Ich habe gesagt, dass 3 Reys sicherlich kommt in Hand. Ich habe gesagt, Hush. Du willst, dass sie herausfinden, dass wir noch alive sind? We'd get to fight another battle wouldn't we Let's do it Don't tempt me to finish the job myself We're hurting bad I wouldn't last another battle And besides I wouldn't mind Lounging around a bit longer Just the two of us Ja, du... Ja. Okay. Die haben jetzt ein bisschen Zeit für sich selbst. Ja, okay. Wie wundervoll. Die Leidenschaft einer reifenden Liebe ist wirklich etwas besonderes. Welche Leidenschaft? Wo redest du überhaupt? Ich weiß nicht, ob sie Leidenschaft ist, aber der Stimme nach ist Baris so lebhaft wie laut und laut wie eh und je. Toll ist die Einzige, die mit einer Unterhaltung das Wasser reichen kann. Sie können tagelang reden. Es ist wirklich wundervoll, so jemanden zu haben. Wenn beide so rätselig sind, warum sprechen sie dann nicht über ihre Liebe, anstatt sich zu streiten, gegen sie zu beleidigen? Man, ich hätte nie gedacht, also etwas aus deinem Mund zu hören, Agnes. Scheinend können sich Leute wirklich ändern. So hatte ich das nicht gemeint. Ach, und wie genau hast du es dann gemeint? Ich habe einfach nur gemeint, dass die beiden vom gleichen Schlag sind. Beide nehmen kein Blatt von dem Mund oder sich selbst zu wichtig. Und keiner von ihnen scheut, sich sein Herz auszuschütten. Vielleicht sind Seelenverwandte wirklich glücklicher als alle anderen. Jemanden zu finden, der einen in so vielen Punkten gleicht. Ach ja? Moment mal. Von mir machst du jetzt eigentlich wirklich gesprochen, Agnes? Wer ist ein Seelenverwandter? Los, raus mit der Sprache. Äh, ich, äh, äh. Manche würden vielleicht sagen, wer zu lange mit jemandem lebt, dass er einem zu sehr ähnelt, dreht am Ende womöglich noch durch. Und mit jemandem zusammenzuhören, der ist wie ich? Ach, das würde wohl ziemlich schnell langweilig werden, oder? Ja, wäre das wirklich so furchtbar? Was meinst du, Agnes? Was ich nun, äh, ja, ich denke, ist ja vielleicht gar nicht so schlimm. Was? Warum schadet ihr mich uns oder so an? Hä? Joa, aber wir wollen doch wieder was Neues erfahren. Mal gucken, was Crowder noch Neues zu sagen hat. Schauen wir mal erstmal kurz nochmal heilen. Ah, so schwer war der kampflich. Eigentlich war der genau so leicht wie der erste. Weil, weiß ich nicht, Baros hat nur nochmal angegriffen und ab und zu mal aufputschen gemacht. Und Holly, joa, hat einfach Magie gemacht. Ende. Also nicht mal wirklich. Also, hat einfach einmal Aero gemacht, glaube ich sogar nur. Das war nicht viel. Nein. So. Crow, was geht mit dir? Das war nicht so leicht. Ja. 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 Ich bin Black Mage Ominous Kroh, und ich bin dein Superiore Offizier, effektiv heute. Und nicht erwartet speziell Träten, nur weil du du Lord Marshal ist. Was ist er? Erstens würde ich dir eine Frage stellen, Ominous. Wann bin ich die Nights des Eternes Skys? Keine Fragen, Sie sprechen, wenn Sie gesprochen haben, und nicht vorhin. Und schaue Ihre Tone. Plus, ich sagte, dass es keine spezielle Träten gibt. Tell dein Valet, oder jemandem, zu gehen! Und du... Du... Es ist du! Du bist der Wind Vestal. Von dem Watt-Imposter? Was machst du mit der Nia? Ich werde es nicht haben! Ich freue mich darauf, zu haben sie unter meinem Kommand. Ich werde kein Vestal ruiniert es! Oh, genau. Ich glaube, ich erinnere mich das jetzt. Vielleicht? Auf jeden Fall, hör auf, Ominous. Ich glaube, der Typ ist auch ein bisschen durchgedreht. Aber der war schlimmer durchgedreht. Was ist mit ihr, Leute? Bleib weg von mir! Es ist einfach nicht richtig! Es ist schief! Also sind wir hier jetzt quasi... ...bevor... ...bevor der zu ihm kam? Ich habe doch hier so einen schönen Effekt hier. Nun gegen alle Elemente. Kann sich zwar ein paar Runden lang nichts machen, aber wenn ich ihr dann keinen Schaden mehr von ihm nehme. Ja gut, Status-Effekte haben wir leider nicht mit drin berechnet. Äh, du hast doch hier sicher irgendwann ein Mittel zum Aufwachen. Aber hier eine Weckglocke. So. Oh, guck mal. Ich habe sogar wieder ein bisschen rumgetreten. Wobei... Ne, du machst... Du sammelst erstmal noch. Du brauchst in der nächsten Runde dann sein Special raus, dann verlängern wir das noch ein bisschen. Geht gar nicht dauerhaft mit dann jetzt einfach diesen Elementarschutz machen, erstmal wenn sie es wieder machen kann. Und dann kann er mir eigentlich nichts. Immer noch volle Aufhebung, ja. So. Jetzt machen wir mal ein bisschen hauen und schlagen. Das klingt witzig. Aber wie viel macht so normal an? Würde mich jetzt auch mal interessieren. Mit dem Vergleich die Verzweiflung. Jo, das macht schon mal Max-Damage. Ja gut, das ist ein Unterschied. Ein Himmel weiter Unterschied. Aber Moment. Es ist wieder weg. Das Gratis-Essen. So. Und wieder alle Elemente aufgehoben. Nö. Einfach mal nein. So. Tun wir noch ein bisschen weh. Oh, 3.000 Euro noch. Okay. Und tschüss. Jo, das war leicht. Also noch sehe ich nichts von irgendwelchen stärkeren Taktiken und alles. Hier ist irgendwie nichts Neues passiert gefühlt. Ich könnte aber irgendwann mal gegen die Monster da im Dorf kämpfen, ne? Die hätten wir ja auch noch. So. Ich glaube Heinkel nehmen wir auch noch eben mit. Dann haben wir zumindest Kildisla hier und Umgebung schon mal aufgeräumt. Dann können wir beim nächsten Mal in Unchime und vielleicht auch schon den Florim ein bisschen aufräumen. Weil wir haben glaube ich auch jetzt nur 3 Sidequests. die Blood Rose Legion haben wir eigentlich schon besiegt. Also würden wir gegen die Rosa alleine kämpfen. Ja gut. Dann würden noch Profiteur, Kind, der König und der Schakal bleiben. Da unten. Dann würden wir schon direkt gesagt am besten den König und Kind direkt als erstes besiegen. Weil dann Kind beim Schakal und bei Profiteur nicht auftauchen kann. So. Dann mal hier zwischenlanden. Also das mit Barras und Holly fand ich bisher noch am tollsten. Wir sind einfach mal am Ende umgeschmissen hat. Und man das hat bisher nichts gemacht. Wobei ich sagen muss die ganzen Sachen die mit Juliana Zaming war auch schön. Mal gucken inwiefern sich die anderen noch verändert haben. Und wie inwiefern sich die anderen noch in den zukünftigen Welten noch verändern werden. Ich erinnere mich nur daran. Oder ich erinnere mal daran dass Ringable ja meinte. Seine hatte eine 6. Dann kam eine 5. Dann kam eine 4. Und dann sind wir bei 3. Mittlerweile kann ich die 3 sogar auf den Flügel sogar erkennen. Sollte das Spiel irgendwann mal vielleicht nochmal spielen. Weil ich auf jeden Fall auch mal auf die Flügel von Arry achten von Anfang an. Ja. Das heißt wir haben auf jeden Fall noch eine 2 und eine 1er Welt. Sprich 2 wäre dann Kapitel 7. 1 wäre Kapitel 8. Also wenn man ganz. Wenn man einfach alles überspringt kann man da echt schnell. Ja. Quasi einfach weiterkommen durch die letzten paar Kapitel. Wenn man einfach mal an allen Zeitquests einfach vorbei rennt. Hatte ich ja ursprünglich auch vor. Aber ihr wolltet das ja nicht. Ich habe mir gesagt macht ihr alle. Da erfährst du noch coole Hintergrund Story. Und Story ist cool. Und deswegen mache ich die auch alle. So. Was ist denn deine Geschichte dieses Mal? Was ist denn deine Geschichte dieses Mal? Was ist das Sinn, Idia? Was ist das? Was ist deinig. Was ist das? Was ist das? Was ist das? so der grund ist mir gerade ein bisschen seltsam aber gut ich scanne dann mal ich muss jetzt erstmal die beiden gegner da weg hauen 85.000 jahre auf geht doch kein gift einmal bitte und zwar wird der noch am meisten aus wenn er selbst wenn er nicht verteidigt aber sammeln so dann wollen wir mal fangen wir mit den kleinen erst mal an wir müssen nicht allzu viel aber kann es dann ja noch ein bisschen sanktos auf die kleinen dinge hauen du kannst auch mit drauf hauen und du wirst erstmal essen du bist der nächsten oder dran warum ich will ich von den kleinen weg haben kann so macht kaum schaden ich habe beide gestoppt serios wie der schütze sie beiden durchgehend hoch eigentlich wollte ich alle heilen der mit seinem schild freunde schützen so na gut dann kannst du gerne seine freunde weiter schützen das tut dir ja nur um so ja 22.000 hat er nur noch so darf ich jetzt mal die kleinen muss soldaten aus dem weg räumen weil hier du kannst du auch vermischen donnerkalt scherben das hat sogar schon gereicht vielleicht dass ich glaube ich habe noch starke items drin und kein kripp mehr drin das ist ein bisschen mehr schaden gemacht aber normal darauf beim moment mit chip und jenrei so richtig aus chip und jenrei ja doch dachte vielleicht spreche ich es falsch aus ist tausend nur noch machen wir das eben schnell fertig so und einmal quattro schaden und fertig ich 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 sorry lord marshal also eigentlich wollte er nichts böses oder ritter argend heinkel er würde ich einen bleibenden eindruck hinterlassen nicht ob man vor dem tod hatte er Angst natürlich nicht alle ritter die turners kennen keinerlei furcht im angesicht des todes das gehört zum ehrenkodex des herzogtums und das ist der beweis für die tapferkeit eines ritters sich ohne furcht im tod zu stellen im namen einer sache an die man glaubt ist wirklich ein bewunderswertes credo aber als eine doktin die andere zu einer solchen prüfung ihrer tapferkeit zwingt das kann ich nicht gut heißen ständig habe keine furcht vor dem tod zu predigen und eine solche geisteshandlung zu fördern ist dafür an der philosophie tür und tor die keinerlei achtung vor dem leben hat vielleicht ist das so aber es heißt ritter die mit seiner derartigen kühnheit gewappelt und gegen gefühle gefeit sind seien die gefährlichsten gegner auf jedem schlachtfeld ich kann ja nichts über die anderen offiziere sagen aber zumindest heinkel ist vor einem ganz anderen schlag ich erinnere mich noch immer an den ehrenkodex den er mir seit meiner kindheit eingebläutert er sagte immer tapferkeit heißt den tod nicht zu fürchten doch wenn das leben einem mehr angst einen jagt als der tod dann wird der überlebenswille von größtem tapferkeitsbeweis von allem ich verstehe hat also den wahren geist des rittertums verkörpert na gut dann würde ich sagen dass das von diesem part beim nächsten mal dann in richtung anschein danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ciao